servus liebe board of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal ich hatte ja schon davon berichtet dass blizzard für morgen also wenn ihr dieses video zum release seht am 22.06 zahlreiche nerfs fürs mausoleum der ersten bringt die meisten davon waren für den mythischen schwierigkeitsgrad teilweise bei zwei oder drei fähigkeiten hatte ich vergessen dabei zu schreiben dass das für alle gilt da noch mal danke an auch an ubis der mir das noch mal gesagt hatte da hatte ich mich einfach verguckt ist auch geändert und jetzt hat blizzard mit einem blue post auch noch mal bekannt gegeben dass dieser nerf fähigkeiten über mehrere schwierigkeitsgrade hinweg trifft welche das sind habe ich in meinem artikel noch mal gesondert gekennzeichnet und ich will jetzt einfach noch mal euch zeigen um welche es dabei geht es ist nicht so viel tatsächlich aber zumindest anduin und der kerkermeister sind davon betroffen bei letzterem wurde auch noch mal ein allgemeiner zusätzlicher nerf reingebracht wir gucken es uns jetzt mal an also anduin die hoffnungslosigkeit und übermut dass das 16 sekunden statt 12 dauert die ihr zeit habt um die debuffs loszuwerden gilt jetzt auf allen schwierigkeitsgraden das war schon vorher so genauso wie dieser schaden der untoten wände in den zwischenphasen 75 prozent weniger schaden ist überall so das heißt man kann theoretisch locker darin stehen bleiben ging tatsächlich auch auf mythic allerdings brauchte man da relativ zügig ein highlight cd für einen tick sonst war man tot und die seelenexplosion 30 prozent weniger schaden auch auf allen schwierigkeitsgraden nachträglich hinzu kommt das folgende qual macht 30 prozent weniger schaden auf allen schwierigkeitsgraden und die unheilige eruption beim kerkermeister ebenfalls 30 prozent weniger schaden neu dabei ist der nahkampf schaden des kerkermeisters um 25 prozent reduziert also das werden dann halt die tanks merken für alle anderen ist das irrelevant 25 prozent reduziert auf allen schwierigkeitsgraden das kam noch neu hinzu da ich allerdings kein tank spiele zumindest nicht bei dem boss muss ich sagen bin ich oder weiß ich zu wenig wie sich das letzten endes auf den fight auswirkt ob da zu viel genervt wurde ob das richtig ist oder nicht i don't know aber der vollständigkeit halber ist es natürlich drin letzten endes gehe ich stark davon aus dass wenn jetzt nicht die letzten nerfs gewesen sein vor allem für den kerkermeister nicht ich gehe auf davon aus dass der gerade auf mythic noch einige nerfs kriegen wird der hintergrund ist einfach der folgende das können wir hier sehen ich weiß wir werden die asiatischen gilden nicht mit reingezählt aber mythisch haben den kerkermeister erst 223 gilden und blizzard hatte ja gemeint dass season 4 im spätsommer wohl kommen soll und dass man da den erfolg entfernt für heroisch kerkermeister und mythisch kerkermeister also den head of the curve der zeit voraus und cutting edge spitzenreiter wenn man ihnen vorerscheinend auf mythisch und hc legt und ich glaube ohne viele weitere nerfs werden viele normale gilden das nicht schaffen unsere oder meine gilde mit eingeschlossen und das war eigentlich in den vergangenen raids nie das große problem wir sind jetzt kurz vor oder wir sind dabei ragelon zu legen dürften dann bald beim kerkermeister stehen ja bin mal gespannt ob da noch was kommt ich glaube so wie es jetzt ist entweder nimmt blizzard diese beschränkung raus dass in season 4 nicht mehr cutting edge und der zeit voraus und so weiter geholt werden kann was ich theoretisch auch okay fände weil wenn man mal vergleicht in battle for azeroth lief das bei in soth beispielsweise ich glaube elf monate oder so weil der patch halt so lang ging warum sollte man das den leuten hier jetzt wegnehmen nur weil eine vierte season kommt i don't know und ja andererseits ich gehe eher davon aus dass blizzard noch nerfs macht dass mehr leute den legen können wenn sie denn den plan verfolgen wollen oder season 4 kommt halt ein monat später irgendwie sowas wir werden sehen damit dank fürs zusehen wenn euch das video gefallen hat gerne ein like und abo da lassen damit unterstützt ihr mich enorm der link zu meinem artikel ist auch noch mal in der video beschreibung gerne noch mal nachlesen und teilen damit helft ihr mir auch sehr weiter bis dahin habt noch einen schönen abend reingehauen dazu bis 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 bis